Ah, ich muss aber das Ding noch weg machen. Genau, der Sandstein muss weg. Kalkstein muss weg. Kalkstein, Entschuldigung. Kalkstein, Entschuldigung. Das Ding ist weg, der kann weg. Sehr zatt, nämlich alles. Bis dahin, ja, passt. Brauche ich die Video irgendwo? Ja, passt. Kalkstein, Entschuldigung. Ja, passt. ett Wo kann ich das noch packen? Hier, so nebenher. Ich weiß kein Treibsand, das ist schon gar nicht Abtreibsand. Dann tu mal, da macht mir keine Witze drüber. Ich schon, merkst du doch. Ich hab mal was bei dir machen sollen, ne? Da hab ich das ganze Leid nicht erlebt. Wobei, ist ja nicht alles scheiße. Hühnchen! Und sofort vermisse ich sie. Was ein Leid. Nein! Im Ernst, ich bin schon noch happy mit dir. Ich bin schon eine große Instanz, die mich am Leben hält. Weg mit dir Scheiße! Was ist das denn jetzt? Wieso hab ich denn... Bin ich irgendwie total doof jetzt? Oder? Ach komm, ne, ich lieg da drüber. Hä? Hallo? Hab ich nicht... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist das denn? Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Das ist euer Typ. Ich bin schon wieder weg. Jetzt geht's wieder weg. 1,2,3,4,5 Toll 18 sehen? Oder drei? Da, 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 da. Ach ne, gar nicht wahr. Ne, was doch? Was denke ich denn da? Ja, nur. Jetzt sehen wir das, was wir noch haben. Legen wir drüben noch aus. Da ne Rampe, 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 da ne Rampe. Ja, und dann ab hier. Ne? Ne Rampe, da ne Rampe, da ne Rampe, da ne Rampe. Äh, doof. Aber wir kommen so sowieso nicht bis zum Ende. Ich werde aber dennoch, ne? Ach Leute. So. So. Da fehlen noch acht. Oder? Nein. Da fehlen noch elf. Du hast mir grad noch gefehlt. Du hast mir grad noch gefehlt. So, ab jetzt dürfen wir wieder hacken. Ach. Nein, 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 nein. Wir müssen noch mal, wir müssen noch mal kurz was anderes machen. Ich habe übrigens schon mal nochmal ne? Neues Weizen gepflanzt. Neues Weizen abgeholt. Und jetzt tun wir es nochmal. Da dürften jetzt auch viel weitere, also viel mehr Weizen sein. Es sei denn, wie Raxo hat die sich alle weg geschnappt. Der schmierige. Wir sollten doch vielleicht mal die Brücke anfangen gleich. Ich will wieder hacken, weißt sie. Bei der Gelegenheit können wir auch, ne? Pflanzenfaser mitnehmen. Da brauchen wir jetzt schließlich noch eine ganze Ladung hier. Für den Mörtel mal wieder. Ach komm mal, Föhran. Hepp, hepp, hepp. Weiter. Nicht aufhören. Schlappsack. Aua. Schnauzehuhn. So. Ah, ist das mit dem Fuß noch eingeschlafen? Ey, toll. Kevin wird sich jetzt so einen ablachen. Wer ist Kevin? Scavenger? Mein Buddy, mit dem ich auch sonst immer gespielt habe. Ach, stimmt. Borderlands müssten wir eigentlich auch noch weitermachen, siehste. Aber wir kommen einfach nicht dazu. Es geht beim besten Willen nicht. Ich habe mich schon gar nicht mehr gefragt. Und außerdem, na gut, ich konnte ihn auch schon schlecht fragen, weil dann war ich auch immer ausgebucht. So, genau. Erstmal das alles weg. Boah, zehn? Was? So. Wie wird unsere Ausbeute? Sehr gut, wie es aussieht. Kann es sein, dass wir dennoch einen leichten Bonus kriegen? Dafür, dass, ähm, Firaxo schon hier alles erlernt hat. Ich muss gleich mal nachgucken. Hier fünf neue Felder angepflanzt. Na gut, ich hätte die auch, äh... Ich hätte die auch noch weiter anders pflanzen können. Ah, dafür machen wir doch. So, gut, dass wir schon mal da sind. Nur bei den, äh, äh, bei hier, bei den Gräsern dauert das irgendwie viel länger, als hier jetzt hier bei den Waldsträuchern da oder bei den Wüstensträuchern. Bei dem Stroh hier. Genau, da könnten wir eigentlich hier das ganze Gras jetzt wegmachen. Oh ja. Ich merke schon, ich habe einige neue Ideen, was ich hier noch machen könnte. hier im Wüstengebiet und in der Nähe. Naja, aber bald geht's auch nach Nocturne heim. Wie schon tausendmal erwähnt. Ja, ja. So. Ich mache hier voll, wie es geht, nur geht. Das ist so gut. Und gerade mal über die Hälfte zusammen, von der wir brauchen, jetzt für den Mörtelauftrag. So, ich mache, wie es so geht. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr vorgesorgt für weitere Projekte. Denke ich mal. Mal sehen, wir haben jetzt gleich 600 voll. Dann kriege ich die anderen 400 auch wieder voll. Mit Leichtigkeit, will ich mal vermuten. So. Und wie ihr alle wisst, aus Hackepeter wird Kacke später. Den hat auch sicherlich schon jeder andere gebracht. Wow, Fettnäpfchen. Dafür, dass ich nicht so sein wollte, wie alle anderen. Na, manchmal kommt man doch nicht rum. Schande über mich. Da wird alles rausgeruppt. So. So. Okay. So. 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 Ach, guck mal. Nö. Ich habe gerade so schön noch weitere Weizen ernten. Aber nein, der ist noch nicht so weit. Sauerei hier. Jawohl, die Taschen sind gleich voll. Kann ich genauso gut so weitermachen. Wenn er nicht so hängen würde. Wenn er nicht so hängen würde. Nö. Geräusch raus. Weil überhaupt nicht. Tja, was ist da los? So, die Tasche ist voll. Dann treten wir mal zur Rückreise an. Das kann weg. Run. Nein. Ah doch, so geht das doch einigermaßen schneller. Ach Mann, ey. Ich bin mal gespannt, ob es mitten in der Nacht ist, wie es gleich ausschauen wird. Wenn nicht, wenn wir gleich an unsere Basis kommen hier. Ich bin mal gespannt, ob es mitten in der Nacht ist, wie es gleich ausschauen wird. Vielen Dank.